Du steckst in der Existenzkrise? Oh Mann! Dann wird es Zeit, dass du dir Hilfe gönnst, dass du dir richtig Hilfe gönnst. Und darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist und dieses Video schaust auch in Form eines ersten Schrittes, um aus dieser Existenzkrise, das man ja so häufig als Tal bezeichnet, durch das man wandert, um da durchzukommen und aus diesem Tal wieder rauszukommen aus der Krise. Und ja, ich bin Korno, ich bin Qigong-Lehrer, falls du mich noch nicht kennst, hier auf YouTube. Und seit über 20 Jahren sind die Thematiken in meinen Kursen und Seminaren, inneres Gleichgewicht, Live-Coaching und so weiter, das heißt, da bin ich sehr vielen Existenzkrisen schon begegnet. Und auch selber, ich bin nicht der, der von oben guckt und dir sagt, wie du das machen sollst. Ich selber bin durch tiefste Existenzkrisen durchgegangen bis hin zu Selbstmordgedanken abends im Bett, dass ich dachte, ich will am nächsten Tag einfach nicht mehr aufwachen. Das wäre mein einziger Wunsch noch. So tief. Also ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Und ich bin der Letzte, der sagt, nimm mal jetzt hier irgendein Wundermedikament oder mach mal drei Tage Qigong und dann wird alles, alles wieder gut. Nee, 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 nee. Okay. Existenzkrise, das ist häufig, da muss man die innere Haltung eines Marathonläufers einnehmen. Und das bedeutet häufig, dass man für lange Zeit in Lebensumständen ist, innerlich oder äußerlich oder beides, die wirklich unangenehm sind, die einem nicht viel Halt geben, wo man viel Negatives, Demütigendes erlebt, viel... Und wo viele Träume platzen oder geplatzt sind, viel Enttäuschung, viel Schwäche, viel Unwissenheit, viel Planlosigkeit. Ich weiß nicht, wie ich... Also ohne Lösung, ohne Kraft, ohne Energie, ohne Richtung. Ich habe keine Richtung, in die ich jetzt gehen kann. Oder, oder. Also das hat viele Facetten, so eine Existenzkrise. Und wie gesagt, daraus könnte man auch einen ganz eigenen YouTube-Channel machen. Nur Thema Existenzkrise, wie gehe ich damit um? Aber heute gibt es hier in diesem Video mal ein paar kleine Inspirationen. Nämlich aus Sicht des Wudang-Chigong. Und zwar Wudang-Nedang-Gung, die Schule, die ich verkörpere. Oder, ja, dessen Wissen ich hier weitergebe auf YouTube. Was Wudang-Nedang-Gung übersetzt heißt, ist an dieser Stelle nicht wichtig. Es sind Chigong-Übungen. Das heißt, Übungen zur Gesunderhaltung, zum Stressabbau und um das Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Und das bedeutet für die meisten auf gesundheitlicher Ebene. Aber das geht auf jeden Fall in Bereiche hinein, wo es um die ganze Lebensführung, um den Lebensstil geht. Und auch um den Lebensweg, um die Karriere, um das, was tust du in deinem Leben. In welche Richtung gehst du in deinem Leben. Und die Existenzkrise, die ist meistens dann da, wenn du deine Richtung verloren hast. Wenn du also, Existenzkrise bedeutet in diesem Sinne oft auch Identitätskrise. Dass du dich selber neu finden musst, neu erfinden musst. Neu gucken musst, reflektieren musst, wer bin ich. Und das braucht Zeit. Und man kann nicht nur auf den Knopf drücken und sagen, so, ich will jetzt aber weiter, Ungeduld. Sondern häufig bedeutet Existenzkrise, dass das eine der schwierigsten Geduldsübungen ist. Und wenn du Geduld nicht hast, und mit Geduld meine ich nicht 20 Minuten auf dem Bus warten, sondern mit Geduld meine ich Wochen, Monate oder Jahre sogar, ein Leben zu leben, von dem du das Gefühl hast, das ist nicht mein echtes Leben. Das ist nicht das, was ich eigentlich will oder wer ich eigentlich bin. Und trotzdem bin ich gefangen in einem Leben, was mich leiden lässt. Oder in einer Situation, wo ich keinen Ausweg finde. Wo ich nicht weiß, ich kann weder vor und zurück. Häufig kann man da mit einem chinesischen Bild antworten, wie sich das anfühlt, so eine Existenzkrise. Da spricht man manchmal von einem Bock, der sich mit seinen Hörnern in der Hecke verfangen hat und weder zurück kann im Leben, die Zeit zurückdrehen, noch vorwärts in die Zukunft kann. Du hängst einfach fest. Und durch dieses Festhängen, du rüttelst hin und her, verkeilst dich immer mehr im Gebüsch und merkst aber schon, wie deine Kraft langsam weniger wird. Und du merkst, du verzweifelst immer mehr, fühlst dich frustriert und ohnmächtig. Und dieses Lebensgefühl, da sagt man im Qigong, das ist bitter. Ein bitteres Lebensgefühl. Und ein bitteres Lebensgefühl ist eine super Voraussetzung für später ein süßes Lebensgefühl. Das heißt, bitter ist erstmal nicht schlecht. Auch wenn es sich scheiße anfühlt, ist bitter aus Sicht des Qigong sogar sehr gut. Und ein Meister, der einen Schüler hat, würde bei einem Schüler immer gucken, dass er ihm die Lebensumstände richtig bitter macht oder ihn auch in Krisen stürzt, damit der Schüler lernt, mit Krisen umzugehen und auf einer immer tieferen Ebene sich selbst neu zu finden. Nur, ist ja schön gesagt, haben wir darauf keinen Bock. Das sind alles schöne Theorien, aber jeder, der echt in einer Existenzkrise mal gesteckt hat und nicht für einen Tag, sondern für längere Zeit, der weiß so, ey, komm hier nicht mit schlauen Sprüchen so. Kalendersprüche ist das, was ich am wenigsten brauche. Ich brauche echt Hilfe. Es muss wirklich weitergehen. Ich halte es nicht mehr aus. Und genau da kommen wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das heißt, wenn wir uns bewusst machen, bitter ist das Lebensgefühl von Existenzkrise. Keine Richtung, das heißt, es herrscht Dunkelheit. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht und wer wir sind und wo das alles enden wird. Ob es ein gutes Ende oder ein schlechtes Ende nimmt. Oder wir haben sogar schon das Gefühl, das ist jetzt das schlechte Ende. Da kommt doch nichts mehr danach für mich. Das Leben bietet mir nichts mehr. Ich habe doch alle Karten schon gespielt. Ich kann nicht mehr. Und das heißt, es geht um Erneuerung, dass wir also Voraussetzungen haben, unsere jetzige Situation. Die fühlt sich bitter an. Und wir brauchen eine Art von innerer Erneuerung. Auch wenn man sagt, nein, innerlich will ich mich gar nicht erneuern. Ich will, dass äußerlich alles sich erneuert. Aber wenn es das nicht tut, dann kannst du manchmal das Außen nicht kontrollieren. Dein Job, deine Finanzverhältnisse, Familie, Freunde, Trennung, Tod und Krankheit und so weiter. Manchmal kannst du die äußeren Bedingungen nicht kontrollieren, was dich noch mehr frustrieren lässt. Und da gilt es darum, dass wir im Qigong einen Zaubertrick benutzen. Und wir sagen, außen kannst du vielleicht manchmal nichts machen auf die Schnelle. Aber im Inneren hast du immer einen Zugang. Du kannst deine innere Haltung und dein inneres Gefühl immer transformieren. Und zwar mit Hilfe von Qigong-Übungen. Das ist ein Beispiel. Und aus dem Grund habe ich dir zum Beispiel auch unten einen Gratiskurs. Wirklich ohne Abo, ohne irgendeinen Kack. Es ist einfach ein Gratiskurs. 15 Tage die fünf Übungen des Qigong zu lernen. Und das ist ein komplettes Übungssystem, mit dem du Zugang zu deinem Inneren bekommst, um zu sagen, ich weiß nicht, wie lang diese Situation andauern wird. Aber es ist wichtig, dass ich mich wohler fühle. Dass ich auf neue Gedanken komme. Dass ich mich neu ausrichten kann. Dass ich die Voraussetzungen schaffe, um den Lichtschalter zu finden. Um wieder zu sehen, wo geht es lang. Um wieder das Gefühl zu haben, ich habe eine Richtung. Ich habe Hoffnung. Und genau das kann ich dir als gute Nachricht auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich war mehrere Male, nicht einmal, mehrere Male über Jahre hinweg in absolut tiefen Sinn- und Existenzkrisen. Ganz, ganz übel. Und jetzt bin ich da komplett rausgekommen. Und nicht, weil ich so toll bin. Ich habe abgekackt. Ich hatte auch keine Lösung. Ich habe dann nicht einfach gesagt, ach, mache ich Qigong und dann wird alles gut. Ich habe meinen Qigong auch verloren. Alles. Ich hatte keine Motivation mehr, Qigong zu machen. Mich hat keiner mehr inspiriert. Es gab nichts mehr. Gar nichts. Außer den Gedanken an Tod. Und ich bin jetzt an der Stelle für dich da, um dich zu inspirieren. Und zu sagen, Freundchen, ich nehme dich am Schlawittchen. Ich packe dich am Kragen und sage dir, ja, das kann scheiße sein. Aber mach jetzt etwas draus. Und zwar fang mit den fünf Übungen an. Ob dir Qigong, Xing, Shang, Shang liegt oder nicht, ist mir völlig egal. Mach diese Übungen jeden Tag zweimal. Und wenn es das Letzte ist, was du tust, das ist mein Ratschlag an dich. Und das nicht für einen Tag und dann aufzugeben, sondern mindestens drei Wochen. Jeden Tag zweimal. Sonst kann die Welt untergehen. Aber das machst du für drei Wochen. Und nach den drei Wochen, schon währenddessen, aber nach den drei Wochen, wirst du merken, wow, da ändert sich was im Inneren. Irgendwie da entsteht was Neues. Da ist ein neuer Keimling. Und ich bin gespannt drauf, was aus dem wird. Und es geht letztendlich nicht um Qigong, sondern es geht um deinen Zustand, der sich transformiert. Dass es da eine neue Öffnung gibt, einen neuen Weg, ein neues Licht. Aber das Licht kommt leider nicht immer nur von alleine. Von wegen, oh ja, immer wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Was, wenn sich keine Tür öffnet von selbst? Wenn da kein Licht am Ende des Tunnels ist? Dann musst du es selber leider in die Hand nehmen. Wenn du sagst, ich habe keine Kraft mehr dafür, dann brich alles ab in deinem Leben, aber mach Qigong zweimal am Tag, 15, 20 Minuten als allerletzte Maßnahme. Mach es auf jeden Fall, jeden Tag. Und nicht vielleicht und jeden Tag überlegen mache ich das heute, sondern du machst es auf Leben und Tod. Und dann wirst du merken, dass nach zwei, drei Wochen, kannst du auch noch länger machen, du hörst danach normal nicht auf. Normal denkst du danach, wow, egal was das ist, gib mir mehr davon, ich mache weiter. Aber dass du erst mal, wenn du fragst, wie lange muss ich denn das machen? Drei Wochen. Nach drei Wochen hast du genügend Erfahrung mit den Übungen, dass du weißt, was die mit dir machen und wie wichtig die für dich sind, dass die gerade in solchen tiefen Tätern, wo alles dunkel ist und alles schwarz ist, dass du da die Hilfe bekommst. Und wenn keiner da ist, ich kann nicht jeden Tag bei dir im Wohnzimmer sitzen und dich ein, zwei Stunden aufbauen, möchtest du vielleicht auch gar nicht, sondern du musst das Gefühl haben, dass du dich selber am eigenen Schopf gepackt hast und aus dem Sumpf rausgezogen hast. Und dann wirst du so ein starker Drache, dann wirst du so unglaublich stark im Innern, dass du wirklich wieder das Gefühl hast, ich kann alles. Ich habe das geschafft. Ich habe dieses Problem überwunden, diese Krise, dieses Tal. Ich bin drin geblieben. Ich musste nicht alleine sein. Ich habe dieses Video hier gesehen und vielleicht noch andere Inspirationen gefunden. Aber ich würde dir raten, jetzt nicht noch 100 andere Videos zu sehen, sondern vielleicht jetzt diesen Gratiskurs zu machen und direkt mit der Übung anzufangen. Dass du wirklich sagst, ja, ja, zu viel Inspiration ist auch wieder wie nichts. Mach was und nicht alles, nur die fünf Übungen. Das ist mein Tipp für dich. Und das ist der wichtigste Schritt aus meiner Sicht, um da wieder rauszukommen, Kraft zu sammeln, dein neues Gleichgewicht und dein neues Leben und dein neues Licht zu finden. Bis dann.